Ich zeige dir, wie du die Mighties craften kannst, unter anderem, wie viel das Ganze kosten wird und vieles mehr. Außerdem veranstaltet Vivi wieder ein Giveaway und zwar 12 Days of Vivi und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten James Bond Collectible Drop an, sowie auch hier den nächsten Comic Drop von Marvel. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder in einer sehr spannenden Folge dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und zum Start des Videos möchte ich eine ganz wichtige Ergänzung machen, denn in meinem letzten Video, Wenn im NFT Drop bzw. auch Carnage NFT Drop, habe ich doch tatsächlich einiges missverstanden, was das Thema Craften angeht. Deswegen werde ich euch das heute nochmal ganz genau aufzeigen, wie viel das Ganze denn eigentlich kostet und was man dafür denn eigentlich braucht und was man dafür auch bekommt. Und deswegen würde ich auch sagen, starten wir auch hier direkt jetzt rein in den Medium Artikel. Der erste Drop von den Mighties wird hier am 10. Dezember um 17.00 Uhr Zeit stattfinden, das heißt am Sonntag. Und dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall Bescheid wissen, wie das Ganze jetzt endlich funktioniert. Wir sehen hier insgesamt erstmal zwei Concept Art Zeichnungen, einmal von den Venomized Mighties und hier einmal Carnage. Unter anderem gibt es auch noch einen Venom, den wir dazu sehen werden, da haben wir jetzt aber keinen Sneak Big bekommen. Insgesamt, wie gesagt, wird es auf jeden Fall vier Serien geben. Einmal hier die Marvel Mighties Avengers und dann wird es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt den Avengers Part 2 geben. Unter anderem haben wir noch Marvel Mighties X-Men Heroes und Marvel Mighties X-Men Villains. Das ist hier ganz wichtig auch zu unterscheiden. Wir haben hier zwei Drops, die sozusagen zusammengehören von diesen vier. Beides ergibt die Möglichkeit, einmal Venom zu craften und einmal Carnage zu craften. Nachdem sozusagen alle vier Marvel Mighty Drops veröffentlicht wurden, wird es ein Symbiont Handwerksmaterial geben, beziehungsweise ein Crafting Element geben, womit man dann diese Venomized Mighties erstellen kann. Das Handwerksmaterial, was man für die Verwandlung der Mighties braucht, das heißt du brauchst dieses Material für einen Drop, wenn du hier das bekommen möchtest, auf jeden Fall viermal. Das sind insgesamt schon mal 60 Dollar. Dann haben wir natürlich hier die vier Mighties aus den zwei Serials, die du außerdem benötigst. Das Ganze sind wieder 60 Gems und dementsprechend sind wir dann hier schon bei 120 Gems, die man insgesamt nur für die Mighties und auch noch das Crafting Element braucht, um dann die Venomized Mighties hier für den Avengers Part zu craften. Dann kommt aber tatsächlich auch noch die Fee obendrauf, die du bezahlst, wenn du hier noch das Collectible, den Carnage oder auch den Venom craften möchtest, beziehungsweise Craft-to-Purchase erhalten möchtest. Das heißt insgesamt bezahlst du hier, um einen Carnage oder auch einen Venom zu bekommen, 170 Gems und meiner Meinung nach, ich sage es ganz ehrlich, ich finde das persönlich viel zu viel und ich denke, dass man viele Sachen davon deutlich günstiger auf dem Marketplace später holen kann. Wenn das Ganze dann wirklich auch vorbei ist und die Drops im Prinzip gelaufen sind. Das heißt, halten wir fest, du bezahlst im Prinzip hier, um einen Carnage zu bekommen, 170 Gems, genauso wie für den Venom, denn wir haben hier zwei unterschiedliche Series, einmal den Avengers Part und einmal den X-Men Part. Mit den X-Mens kannst du zum Beispiel den Venom oder den Carnage craften, genauso wie mit dem Avengers Part. Ich hoffe, ich habe das an dieser Stelle auch richtig so wiedergegeben, beziehungsweise verständlich für euch wiedergegeben, aber so sieht es momentan auf jeden Fall aus. Insgesamt sind das dann 340 Gems, die du im Prinzip ausgeben musst, um Carnage wie auch Venom zu bekommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich glaube zum momentanen Zeitpunkt nicht, dass sich Carnage wie auch Venom bei über 170 Gems halten werden, dass man im Prinzip auch sagen kann, okay, da hat man jetzt auch irgendwie das Ganze wieder raus. Ich denke, die werden auf jeden Fall deutlich weiter runter droppen und ich persönlich werde mir im Nachhinein deutlich günstiger die Marvel Mighties beziehungsweise die Venomized Mighties holen, genauso wie den Venom oder auch Carnage. Falls du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, wie das Ganze mit dem Craften funktioniert, schreib es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare und dann werde ich es auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten kommt es zu einem Comeback bei 12 Days of Vivi. Das Ganze wird am 12. natürlich starten, passen dann bis zum 24. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es hier wieder für Collectibles zu gewinnen gibt. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls es dort weitere Details geben wird. Kommen wir zum nächsten Job und das ist James Bond 07 zum 60. Jubiläum. Dann gibt es hier auch eine weitere Collectibles Series und zwar am 14. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig, nicht 17, sondern 19 Uhr deutscher Zeit. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze auch direkt hier einmal an. Wir sehen hier als erstes das Q-Boat. Das Ganze wird animiert sein, finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze wird außer dem Listenpreis nur von 20 Gems pro Collectible hier dann im Prinzip sein für diesen Job. Außer wird es eine Editionzahl von 2007 Stück haben und natürlich auch eine First Edition sein. Als nächstes haben wir dann hier einen Koffer, auch animiert. Ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich will das überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz haben wir eine Editionzahl von 1007 Stück und natürlich eine Altria. Als nächstes haben wir dann hier noch ein Buch. Das Ganze wird eine Seacuja sein und eine Editionzahl von 777 Stück sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist hier dieser Job eigentlich ziemlich uninteressant. Ich finde das einzig coole an diesem Job ist wirklich dieses Boot, was mir gut gefällt. Ansonsten ist das Ganze für mich auf jeden Fall ein Skip. Kommen wir zum nächsten Comic-Job und der wird am Dienstag, dem 12. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und hier sehen wir Century Hashtag 1 mit exklusiven Rare wie auch Altria-Cover natürlich wie immer. Und wir sehen hier die First Appearance auf Century. Ansonsten, ja würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Cover hier einmal an. Ich finde die persönlich gar nicht mal so schlecht gelungen. Auch das Cover hier drüben fällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schauen wir uns mal kurz die Daten auf Go Collect an. Da sieht man relativ schnell, dass das Comic aber auf jeden Fall jetzt nicht allzu groß ist. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze wurde erst 2000 released. Dementsprechend ist das jetzt auch noch gar nicht mal so alt. 9.8 geht hier gerade bei 350 Dollar über den Tisch. Ist natürlich nicht allzu viel im großen Vergleich zu vielen anderen größeren Comics. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video geholfen hat und auch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.